Ich hab den Tank hier unten Fahr! Schau mal Sekundnummer, schließen Schau mal hier, Handy, das wimmelt gerade, abwimmeln Fahrzeug, bravo! Chris wollte nur irgendwas mit der Spieleliste anzahlen Da kann man Äh, die sind jetzt nur zu siebt Ich glaube, ich werde jetzt einfach fähig War auch schon einfach genug irgendwie Einer ist raus, ich frem WC Bei C sind zwei Infs Und irgendwas hat mich gekillt, weil da nicht was Ach, Jules, wie er da ist Ich war gerade im Jeep neben Warte kurz Ja, ich dachte mir, so stark sind sie nicht, da kann ich auch gerade mal ans Handy gehen Das schaffen wir auch mit einem Tank Ich brauch nicht hier wie launchen Okay, bei A ist ein Tank oder so Zwischen A und C, Tank Warte ist er weiter hin Warten hin Warten hin Warten zwei ist da zwischen A und C Ist disabled Alter, was macht der Chester? Warte nicht, nicht, nicht Der Heli soll den Tank in Ruhe lassen Typ läuft hoch Ach, lass doch den Tank Ey, mich machen Sie auch P kaputt Habt ihr den Typ von dem Tank? Weil der ist gerade einmal zu 10 Du bist erstmal A-C Ein Tank ist kaputt Ah, gut Mein Tank ist kaputt Tank von C holen wir uns Heute läuft's mal wieder, keine Bugs, kein nix Kommt der Zähler wieder raus Musst mal mal Übertaktung raus machen Ja, ich hab ihn zu hart übertaktet Da gab's ab und zu Ruckler und Fehler und Scheiße Okay Bei Bravo ist einer Hab ich ein bisschen runtergetan Ich bin unterwegs Ich bin auf 10 Sehr schön Lass mal auf 10 gehen Ja Lass mal auf 10 gehen Ja Okay Also Die Die stört das gar nicht Dass die jetzt zu 7 nume sind Die haben von gecheckt Dass die sowieso gradieren Ja Das Ich komm dann nachher wieder Opsa Okay Tank auf 10 Okay Okay Ich repariere hier Ja Oh mein ich helfe hier kurz Okay Um C4 Typ Okay Ah nein Hinter hier Ist da tot Ist da tot Ja Doch Ach fuck Ähm Nimm den Tank hier runter Warte schießt noch ne Small auf den Tank Was für schießt ein Small? Ja getroffen Jo hab ich Is able is there Rap 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 Jo Da war ich da Da war ich da Die Flagge noch Und dann gucken wir mal wieder nach Fahrzeugen Klar Ja Jules kanns ja Omas Tank nehmen vielleicht Ich bräuchte Hilfe bei B Okay Ja wir cappen grad Ja dann hier Jules bist du auf C Spoto C4M Auf C Noch ein paar Neh mein Tank Jules Okay Park Tank geklauert Nein Ich reparier kaputt Hahaha Oh Gott wie peinlich Ach Ich hab ihn schon fast kaputt repariert Oma was steigst du auch aus Ich war hinten rein Ich dachte Jules Ähm Weißes Ähm Wartes Max nicht bei mir Ja den Typ habe ich Ach egal B ist neutral Du ist down Ist B Oh Hinterm Felsen Das war jetzt fail Nehne Ja ich wollte doch grad einsteigen Das sollte sein Das ja Also ich hab ihn nicht ge... Ähm ich hör hier noch ein Tank Er hat sich gut versteckt Er hat sich gut versteckt Er hat sich gut versteckt Okay Hat ein Hit mit der APG Noch ein Hopla Kommt ins Haben B4 Ah ihn hinter dir oma Hinter mir Ne das willst du ja gar nicht Ne Geil Tanktyp läuft da oben Bei uns Jo Noch eine glaube ich Ab hier zwei Hinter dem weißen Tank oder Ne das bist du Ja Ja Hier ist Hier bei einer Auf sie Angehittet Angehittet Der ist fast tot Nice Wo ist er? Der ist von tot Der ist von tot Revo hat schon 17 Kills Ja wie auf Public ne Wir sind hobern über E Aber A steht im Tank ne Den hole ich mir mal Ähm B wird gecappt Wohin wir gehen zur B Wohin wir gehen zur B Ich lauf grad mal zur A Ein Fahrzeug holen Das ist ein Hilf Ich hab ein paar Hits gegeben Der ist bei B an den Stein hinten Es gespottet Das sind zwei jetzt Hab einen Einer ist tot Ja ich hab ihn Aber da haben wir ja beide gekillt jetzt Na ich hab keinen gekillt Ich hab auch keinen gekillt Ich hab auch keinen gekillt Ich hab auch keinen gekillt Da war noch eine bei den Steinen Da wo du bist Krass Sven Ich suche Hm Hier ist keiner mehr Egal Der wird schon irgendwo Wir kommen Es kommt hoch zu drehen Oh bei mir Ähm bei C Drei Leute Vier Kommen Zu C Jupp Und D Ok einer ist gespottet Ich kann meine Nade aufwerfen Ab noch ein Zwei sind down War es denke ich Vielleicht links an den Stein noch irgendwo Aber A sind jetzt auch Die versuche ich mich zu holen Du bist so ein bisschen mit dem Tank Ich steig gleich bei dir ein Warte ich bin da unten Und bei C Wo bist du? Ja oben bei C bin ich Dann ist runter Los Turbogang Du brauchst Sprint In Wirklichkeit Kein Munitionspark Oh ne Munitionspark wäre für ein Auto B Kapp'n B Bis ich dich eingeladen habe Sie Dann fahren wir zu B Bei B ist noch einer Ähm wo? Ich weiß nicht wo Ich weiß nicht wo Nur A kommt der Jeep Ich seh ihn nicht Genau da Der ist da oben drauf oder so Der läuft sicher weg Ach hier liegen sie Du bist weit Hahaha Die lagen da einfach im Ruf Ach gut Ach gut D Tank auf der Straße von D in Richtung B Tank von D, da kommt zu uns Von down Er hat gerappt Ich komm so schnelles Juhu Ich hab einmal wieder einen Hahaha Kommt was fliegen du Jo Den holt Nian gleich weg Ich hab den Fall mit dem 4V Launcher getroffen Den Jet Ach hast du schon Ehm Hat zwar ein bisschen gedauert aber hab ihn Wo hast du denn keine Reaktiven mehr war der Boss Will mal dran Okay Scheiß Baum Ah der nervt B Trockel Ja A ist der Zebjohann Ja A ist der Zebjohann Das ist der Zebjohann Ich mach was Ich geh B Ich bin auch schon B Mein Panzer ist down Ach das wusste ich ja gar nicht dass man das so kaputt fahren kann Hier steht A Ja A Tank Power Guck mal ich war hinter uns Hier Ja jo Links Ich schieß grad dahin hab nen Hitmarker Haben Hilfe 97 Geijuels Ich hab den Jet RPG'd und er ist vorher geballt Ja ha 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 Hab es auch oft genug Nein Ich hab den Jet RPG'd und er ist vorher geballt Nein Er hat mich Wo ist der? Ich hab den Jet RPG'd und er ist vorher geballt Warte ne Ach Revo Boah hinter uns Hey Danke Alter Interjetivier Alter was war das denn Hey Sorry Hab zu spät gesehen Ich bin Okay ich bin down Tank of Delta Tank of Delta Tank of Delta Ich spawne erstmal bei Sven 10 2 2 7 0 2 27 Läuft Wow Läuft Spann hinter uns Oh Wählt mich Ausrüstigung Der hat mich Sven hinter uns Dein Chris wecks Der fehlt da gleich rechts um die Ecke Und jetzt da waren wir da Ja. Denn? Ich bin nur unterwegs. Ja, jetzt bin ich unterwegs. Da konnte ich nicht mehr zurückholen. Ist er tot? Ja. Egal, dann bin ich halt nochmal gestorben. Ist doch nicht so wichtig. Ähm, lass mal B gehen erstmals. Da sind drei Leute, ich hole alle mit dem Merklamm. Lol, zwei von ihnen habe ich sogar bekommen. Auf meiner Leiche. Cool, es kommt auch zur B, da steige ich bei dir ein. Okay. Wo sind sie? Ja, oben im, äh, Berg. Jetzt, da wo du hinschaust. Ah, sehen. Hupen. Ich wechsle, Kid. Da musst du Jules rappen. Hupen, hupen, hupen. Nein, nicht überfahren. Ah. Ah, geht zu Jules in Tango oder so. Pass auf, soll ich... Soll ich euch mal zeigen, wie man so ein Jet mit der TV unternehmt hat? Wird ja immer besser erst ein Helios, ein Jet oder was. Ich hab grad den Jet ganz knapp verfehlt in der TV und dann hab ich den RPG, der war da ja schon gelegt. Da ist der nächste. Der fliegt so behindert, dass das wirklich funktionieren könnte. Oh Mann, mit Willy wär das bitte zu auf B. Find ich. Ähm, auf B einer gespottet. Oh fuck, ich hab's nicht. Tank, tank. Hau, äh, und tank auf B und in. Ist irgendwo die Reaktiv kaputt? Okay, in, 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 down. Oh, Achtung, kommst du an. Boah, fuck. Ich mach zwei irgendwie so, wie ich aus dem Aufraum stehe. I spawned a hostile Jet in your AO. Einer da. Ja, von mir. Von mir. Das wäre nichts von mir als Pio. Okay. Ah. Da war aber noch ein zweiter. Ich weiß nicht, ob da lebt. Ach, Revo wurde gerammt. Sie sind trotz. Ah, ne, noch nicht. Doch, da. Ist markiert. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Ich hab das blöde markiert, eben. Hier, die werden voll geraped. Link da auch noch einer. Tank, tank, tank. Da. Da hat sich einer versteckt. Okay, ich, ich guck mal, was ich auf Delta spoten kann. Okay. Leerer-Tank auf Delta. Nein. Dann holen wir den mal schnell. Yo, ich hol den hier. Pass. Auf Delta war noch los, wo was. Auf jeden Fall. Ich kann da auch anfassen. den Weg geht, Charles. Genau, fahren wir zu A. Auf D ist noch einer. Wir haben auch überholt nicht, dann komme ich nicht um die Kurve. Ah ok, da ist ein Fang, ich helfe mich mal vor. Was ist denn noch ein Hit? P4. P4 down. Fang zu bleiben. Mama, komm. Gut, ich muss reparieren, Sven, kannst du mir kurz helfen bitte? Ja. Ah, ich fahr schon mal vor zu A, guck, ich fahr schon mal hin. Gut, danke. Ich bin auf A, ich nehm einen. Ich schnapp mir mal C. Auf jeden Fall auf die alles. P4 zu Bravo. Wir müssen uns mal verteilen. Nein. Da hast du ein T4-Inf, der läuft jetzt um das Heus hier beim LKW. Oh, ähm, auf A, ich bin tot. Ah, scheiß T4, Spacko, das Ohren an der TOW auch. Weil C irgendwie nix. Ja, ich fahr dann auf Delta. Ich geh auf B. Den töte ich. Keine Angst, keine Angst. Wo ist der Spast? Wo ist der Spast? In der TOW. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich 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 hab ihn, hab ihn. Einer auf C, okay. Es müssten gleich zwei sein. Weißt du, wo er ist? Da kannst du bei mir spawnen. Oh, hier ist einer. Ein Bailer. Ich, genau. Lass du ihn. Ja, den hab ich. Hinter dem Haus ist noch einer. Der hat ihn. Denk. Okay. Ja, irgendwo vielleicht. Mal den Chat hinziehen. Ja, den Korte. Warte. Ich bin down. Mein Werkzeug. Hier auch einer kommt hier hoch. Ab einen. Warte, hier unten läuft noch einer auf A. Wo ist die aktiviert worden? Was ist? Wo ist der auf A? Ja, äh. Hat dich selbst mitgekillt. Wir nehmen erstmal D wie er ein. Damit die Tickets laufen. Es hätte noch, noch paar sind bei D. Jetzt ist clear. C ist sauber. Ach C, ich hab D verstanden. Der hat mich versprochen. Ja. Okay, was haben wir denn da schönes? Oh, schon wieder einer auf C. Oh, kommt hier mal her. Von B befindet. Wo wir sind alle auf B. Eine ganze Infanteriegruppe kommt jetzt auf C. Ja, das kann man hier beschließen eventuell. Bin down. Ein ganzer Squad kommt auf C jetzt. Boah, Drecksbaum. Ich kann meine Schüsse gehen da nicht durch. Ich nehm erstmal Delta ein und dann zu B. Ich spawn bei dir. Ja. Wir können die vielleicht bei C eingresseln. Okay, dann los. Guck mal nach hinten fliegen. Dann fahr mal hier. Ja. Ich glaub, die sind weitergelaufen. Wenn bei C jetzt keiner mehr ist. Die sind bestimmt wieder noch in den Stein. Und oben. Und oben. Könnte ich mehr vorerstellen. Jeep vor uns. Jeep vor. Klappen. Nice. Moment, fahr mal immer zurück. Nehm zurück. Fahr jetzt nach vorne. Ja. Ich glaub ich hab hier... Ne, okay. War doch krank. Tank vor uns bei D. Ja. Das... Da kommt jetzt noch... Ich hoffe noch ein zweiter. C wird. Ich geh erstmal auf den Tank. Ich geh C holen. Okay. War hier auf dem Dach. Auf Delta ist noch was. Auf Delta ist noch was. Hang. Oh, undisabled. Tappen. Okay, auf Delta ist auch einer gespottet. C4 auf dem Ranger auf Delta. Tappen. Ein baler. Ähm, Jeep schon. Boah, C4 hinter euch. Jeep kommt in Richtung Alpha. Boah, die können auch nur balen, C4. Okay. Wie kfett Alpha. Okay, Jeep ist dauernd. Okay, Jeep ist dauernd. Dann lass mal rapen. Ich war grad AFK. Sind die eigentlich nur zwei Chats, wenn die da die ganze Zeit rausballen? Ne, nacheinander. Ach, kann es eigentlich auch egal sein. Die finden sowieso. Ich stelle dich am besten direkt vor die Gegner Base. In den Tank. Da haben schon wieder einer gebeten. Die sind dann echt nichts anderes. Bravo. Habt ihr das in der Kontrolle? Soll ich auch kommen. Okay, es ist C4 Spassi. Okay, ich geh auf Delta. Jeep auf Delta. Holt dich auf der Seite Jules. Hä? Okay. Der C4 Spassi wollte gerade kommen. Jo, da war ja da. Ähm, Jeep kommt in Richtung B. Okay, pass. Ah, Tank aus der Base. Nice, Oma. Den Tank kriege ich. Hm hm, da ist noch einer drin. Ich weiß. Ich kill ihn, meine ich. Ich... Ich... Der ist tot. Okay. Den... Unseren zweiten Tank bei D. Ich weiß nicht wer es ist. Ja, bei Delta sind... SMG ist so geil. Boah, diese Bäume. Schieben wir schon wieder in den Boden rein, ne? Ja. Okay, dann bleibe ich auf D. Direkt mit dem Tank. Jeep kommt aus der Base. Das ist... Masros... Nee, Jules, die kommen... ...weit... ...dich in die Richtung. Ja, der kommt in deine Richtung. Ich hab ihn schon disabled. Jeep läuft da. Ähm, zwei Tanks aus der Base. Jeep is down. Ich warte hier auf die. ein tank kommt runter der zweite kommt jetzt runter nächste tank kommt jeep kommt jeep kommt D nein die sollen den tank in Ruhe lassen ja nicht zu spät, aber den Inf habe ich, ich wollte ihn auch klauen und hast du auch den anderen Inf? ja ich habe hier alles Inf, ich habe hier vier Stücke oder so gerade gekillt der erste eine Aegea 019, Jo, läuft bei dem ja das war ein Hit ja, musst du down gehen oh warte, nicht auf den Tank, nicht mehr oh, die peilen auch nichts das ist ein wenig ups nächster Tank jawoll ich habe einen Inf gespawnt einen habe ich nächster Inf down einen Bailer hier ja, über ja siehste ja siehste ja ich habe er eh geklässert ja ich will dich riesen mal holen bei C ja 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 wir haben wir haben die objective wir haben hier ist die Medkin, ok? hier ist die Medkin, ok? ja aus www.pтр Bill aus 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 okay aus aus Vielen Dank.